Mama Twitter! Österreich, Wien. Ich grüße euch. Mein Name ist Marc, mein Blog, euer Drecksack. Sun in your eyes, like a light of the magical moon, like paradise, you're a place where my heart belongs. Ich habe zum Dieter Scho gesagt, Dieter Scho, das nächste Album muss der Renner werden. Da hat sich echt da so reingestellt, dass er echt meinen Groove, meinen Rhythmus, meinen brasilianischen Flair mit eingebaut hat und kubanisches Feather. Ich kann nur sagen, die Welt tanzt mit Marc und das ist auch mein Ziel, Liebe, Sonne und Sommer. Ich nehme meinen Job, meinen Beruf ziemlich ernst. Ich will auch mich selbst steigern als Künstler. Ich liebe es, tierisch auf der Bühne zu stehen und meine Musik zu performen. Ich liebe den Kontakt mit meinen Fans, weil ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, bis ich das überhaupt raff, dass ich echt so weit gekommen bin. Das dauert noch. WG ist es sensibel, aber ich liege meinen Job tierisch. Das heißt, ich habe gekämpft dafür. Viele Menschen haben das respektiert und ich durfte so bleiben, wie ich bin. Das heißt, mein Umfeld, die Leute mit mir arbeiten, die nehmen mich so, wie ich bin. Ich muss mich nicht feststellen, ich muss nicht künstlich in die Kamera lachen. Nein, ich darf so bleiben, wie ich bin und das ist schick. Und Deutschland, Österreich und Schweiz, die haben mich mit reingezogen. Das heißt, du darfst so bleiben, wie du bist. Aber das ist schick, ehrlich, ich will mich ehrlich geehrt. Entspannt, ruhig, viele Cocktails rein, geht ohne Alkohol. Viel Obst, viel Spaß, Wasser, Sonnenbrille, Sonnenöl, knackige Ärsche. Das ist mir eine riesengroße Ehre. Ich muss als allererste sagen Österreich, Wien. Vielen, vielen Dank, dass ich mit meinem Album auf Platz 7 bin. Mit der Single auf Platz 7. Danke auch nochmal, was ich nicht vergessen darf, dass ihr gevotet habt, dass ich meinen Komet bekomme. Vielen, vielen Dank. Das nächste ist, ob das mir eine Ehre ist, mit dem Handabdruck. Ja, das ist mein, ist reicher Wiener, Fame of Walk. Das heißt, die Cocktails darf sich heute nie verewigen, das ist mir schon eine Ehre. Das heißt, ich fühle mich echt geehrt und weiß auch, wie Taffi hinter mich steht. Danke schön. Ab Oktober, November sind ganz viele Anfragen. Es ist auch viel in Planung. Ab Oktober, November mache ich mein Tropicana-Konzert. Das heißt, ich werde auch viele Palmen mit auf die Bühne nehmen und gestalte mir das echte Tropicana-mäßig, dass die Leute denken, im Herbst bricht der Sommer aus. Ich habe schicke Tänzerinnen, die mich die ganze Zeit schon bei den Auftritten begleiten. Ich kann auch sagen, Hot Chocolate. Also ein Haufen dieser Shogo-Crossies mit dem Trenders-Baubild für mich. Ich glaube, das wird ganz schick und ich verspreche, dass ich komme abherrscht. 8 Minuten nach Γerdin. Das, was für sie nicht. 9 Minuten nach Gäuble ist. Das war's für sie nicht. Flüssige Hgregions. Das war's für sie nicht. Uhm, wir haben hier einen Tropicana. Ja, wir haben hier einen Haufen. Und wir haben hier einen Haufen. Die Nachrichten. Das war's für sie nicht. Die Nachrichten. Das war's für sie nicht.